Leckt mir mal, seid ihr geil. Seid ihr geil, jetzt geht ihr rein und dann nehmt ihr die scheiß Kabine auseinander und die Saalfall ist schade. Hör mal so, ich bin jetzt vier Jahre her als U19-Trainer. Das ist für mich das aller, allergrößte. Größer als Youth League, größer als Deutsche Meister auf dieses Spiel. Und das meine ich ernsthaft. Wir haben 5 vor 17 Spieler dabei, wir haben Spieler außerhalb Position spielen. Wir haben ein Top-Spiel, wir fänden uns neun Männer weg. Und wir haben uns vom Spiel versprochen. Wenn ich nicht Fußballer riskiere, geht es über Kampf, über Bild und stolz zu sein, diese Pläne tragen zu dürfen. Und ich muss echt sagen, legt mir mal, ihr habt so Corona-Schutz. So ein Spiel, den Rückstand so zu gehen, durch sein Feld nicht sein und dann 2-1 hier zu gewinnen. Legt mir mal, also legt mir mal, seid ihr geil. Seid ihr geil, jetzt geht ihr rein und dann nehmt ihr die scheiß Kabine auseinander und die Saalfall ist schade. Ja!